ja hallo meine freunde wir haben ein weiteres let's play pokemon go und wir haben heute ein paar verschiedene themen die wir durchgehen wollen zum einen dicke kinder chancen gefahren von pokemon go und was ist mit der werbung auf sich hat inwiefern die negative effekte auf quasi die möglichkeit hat die pokemon go uns liefert beziehungsweise der gesellschaft sich einfach mehr zu bewegen also auf was ich noch hinaus wollte ist einfach zu sagen okay wir haben jetzt eine app wo die leute am handy kleben und die kinder die ganze zeit pokemon spielen so und wenn man sich jetzt vor augen führt dass es einfach so viele übergewichtige kinder gibt muss sozusagen gerade auf dem weg zu so einem park da möchte ich eigentlich erst meine rauchbombe aktivieren mehr schon level fünfeinhalb also ich darf mittlerweile an arenen teilnehmen naja um beim thema erstmal zu bleiben wenn man sich jetzt vor augen führt dass es einfach so viele dicke kinder gibt und die normalerweise anstatt vielleicht ja anstatt vielleicht rauszugehen und jetzt pokemon go zu spielen stattdessen eher unwahrscheinlich dann entsprechend rausgehen und fußball spielen oder was weiß ich was basketball spielen oder irgendwas anderes machen mit bewegung dass sie stattdessen einfach vor der glotze hängen würden auf der couch vielleicht mit einer packung chips oder sonstigen knabbereien oder etwa ja an der konsole sitzen würden also sie würden ohnehin spielen oder rumgammeln und die möglichkeit bietet jetzt halt einfach pokemon go dass ich einfach besonders natürlich viel mehr kinder ich meine spielen auch ältere wie ich zum beispiel oder noch ältere person keine frage aber ein großteil der kids wird natürlich auch pokemon go spielen und dass die sich jetzt einfach viel mehr bewegen also wenn ihr euch vorstellt dass jetzt so ein junges kind keine ahnung muss ja nicht mal ein teenage alter sein was einfach übergewichtig ist oder muss auch nicht mal ein übergewichtiges kind sein es ist allgemein ding nicht wenn die wenn sich die kinder oder die leute mehr bewegen wenn sich das jetzt dafür entscheidet okay ich gehe jetzt raus und spiel pokemon go und lauf einfach zwei stunden umher um abzuleveln oder drei stunden dann ist das schon ein riesen mehrwert was die bewegung der kids angeht und dass die alte einfach draußen sind was halt sonst einfach nicht der fall wäre klar könnte man immer sagen ja sie können auch mit freunden irgendwie zum beispiel gehen aber sie machen es halt denn einfach nicht also der unterschied ist halt einfach zu sagen okay sie könnten vielleicht noch was besseres machen aber die frage die wir uns stellen müssen was würden sie tatsächlich eher machen und im prinzip ist es denke ich mal an der konsole hocken beziehungsweise vom fernseher beziehungsweise ein großteil der zeit und so ist es halt einfach die ja die kinder gehen raus gehen wir mehr raus vielleicht nicht auf dem spielplatz aber sie gehen umher vielleicht auch mit freunden um auf pokémon jagd zu gehen die gefahr dabei ist natürlich jetzt kommen wir hier am pokémon stop an wie ich gerade feststellen da blendet gerade wieder mal ein bisschen auf dem weg zum grüneburg park und da gehe ich doch gleich mal ein bisschen was ab alles immer an denkmälern beziehungsweise irgendwelchen bauten wo wir diese pokémon stops haben und jetzt habe ich hier ein paar pokébälle pokéi ich habe übrigens auch ein pokéi was ich momentan am ausbrüten bin kann ich mal rauf gehen kann ja mal zeigen was ich so an pokémons bis dato habe nach ihr mein tauboga was sie weiterentwickelt habe wir brauchen auf jeden fall immer genug punkte die wir du noch topsy bonbons in dem fall um unser tauboga weiterzuentwickeln was ihr dadurch bekommt dass ihr mehrere taubsis sammelt und die dann entsprechend verschickt und ja tauboga ist mein stärkstes pokémon jetzt was ich momentan auch ein bisschen abgegradet habe weil ich mal in der arena kämpfen wollte und ansonsten habe ich gestern zum beispiel in europe wo es ist denn wo versteckt sich hier das 98 europe auf einer mercedes haube gefunden da war kein wasser in der nähe normalerweise sollte es ja immer in der nähe von wasser sein aber gut das ist eine andere geschichte was ich euch zeigen wollte das habe ich jetzt auch endlich raus gefunden wie man das in die brutmaschine packt und ich habe noch ein bisschen was offen was ich ablatschen muss naja da werde ich auf jeden fall jetzt erstmal großteil von abarbeiten so auf jeden fall ist es so dass ich kinder also vorwiegend natürlich kinder viel viel mehr bewegen würden oder bewegen werden als sie sonst vielleicht tun würden weil sie sonst stattdessen was andere spielen würden die gefahren natürlich bei dem ganzen ist und das betrifft auch wieder im wesentlichen kinder und das entspricht halt auch die meldung dass halt mehr unfälle passieren weil sich die leute mehr auf das handy konzentrieren als ich sonst schon tun würden klar wir sind früher auch schon mit dem gameboy rumgerannt und und ist jetzt vielleicht auch nichts unbedingt passiert klar gab es immer einzelne fälle aber das ja durch diesen hype natürlich jetzt so extrem geballt einfach dass einfach so viele leute auch aufs handy gucken drauf starten und vielleicht ja hier und da nicht so wirklich auf den straßenverkehr achten weil sie den nächsten pokémon hinterher rennen da möchte ich euch auf jeden fall nur anhalten immer auf eure umgebung zu achten im prinzip ist es ja jetzt auch nicht allzu schwer beziehungsweise ist es jetzt nichts was besonders abwegig ist dass man erstmal wo man eigentlich hingeht weil wenn ihr an einem pokémon vorbei rennt oder eins erscheint dann vibriert das handy sowieso natürlich wird das armband da angeht dinglicher sein aber ja ich denke mal gerade kinder befällt dieses problem am meisten noch dass sie sich denn so auf das spiel versteichen dass sie nichts mehr um sich herum realisieren jetzt bin ich auf der hauptstraße angekommen muss hier erst mal irgendwie rüber kommen und ich hoffe man hört mich denn trotzdem kann man sehen die kaputte ampelschaltung das ist auf jeden fall eine gefahr das hat einfach mehr unfälle denn halt auch entsprechend deutschland passiert so wie es halt die meldung auch international hergeben dass die leute halt da ich das halt so viele auf einmal jetzt mit dem handy umher rennen und wenn sich nur ein bruchteil so extrem dann in das spiel hinein steigert das mehr unfälle passieren so jetzt muss ich ein bisschen schneller hier gehen damit ich noch rechtzeitig rüber kommen so das zum thema schon lange kein pokémon hier mehr gefunden muss ich wirklich im park die rauchbombe aktivieren also wie gesagt level fünfeinhalb bin noch deutlich zu schwach mit meinem tauboga habe ich gesehen was ich geupgradet habe mit dem sternstaufen das halt einfach teilweise pokémons da waren gestern schon von diesen bp punkten von knapp 500 wohl wo man gleich schon wie er weiß okay das waren irgendwelche geier die vorab sich halten profil neuseeländisches profil oder us-amerikanisches profil gemacht haben um halt pokémon schon zocken zu können wo man einfach bis dato noch ein bisschen abstinkt ging aber ich bin dabei ja voranzuschreiten mir wurde jetzt gesagt dass ich auch die möglichkeit habe weil ich mir jetzt pikacho als erstes geholt habe nachgang noch schiege und sonst was zu bekommen wäre auf jeden fall eine schöne sache also schiege und glumanda und dieser samen dass man denn nicht halt auf diese verzichten muss könnte man langsam die rauchbombe starten weil sie wirklich gefunden habe ich jetzt nicht kurz bevor ich das video gestartet noch ein hornlio am start und ein taubsi die ich natürlich benötige um mein kokona weiterzuentwickeln also man muss die pokémon die man doppelt hat dann einfach verschicken kriegt dafür entsprechende bonbons und sternstaub womit man seine pokémons dann entweder von der stärke her upgraden kann oder halt entsprechend entwickeln kann deswegen mein taubsi hatte ich auch schon weiterentwickelt und ja da bin muss man natürlich hinterher sein dass man von der gleichen art immer wieder pokémons fängt um seine denn stärken zu können so ein anderes thema was ich ansprechen wollte war die werbung so nur haben wir ja den positiven effekt dass ich das ich gesagt habe okay die leute oder ja allgemein die leute die pokémon go spielen bewegen sich einfach viel viel mehr gehen hat viel viel mehr raus endlich mal wieder ich glaube der durchschnitt amerikaner ist keine zehn minuten mehr draußen oder halbe stunde auf jeden fall nicht und der deutsche glaube ich auch nur noch zwei stunden oder weniger also es hat sich in den letzten jahren immer weiter nach unten gependelt und das wirkt dem ganzen so ein bisschen entgegen aber jetzt haben wir den negativen effekt oder den potenziellen negativen effekt dann zum beispiel wenn man dass die unternehmen werbung schalten können also ich habe ein artikel überflogen wo ein unternehmen allein zehn euro ausgegeben hat nur und dafür ich glaube 30 prozent steigerungen an dem wochenende hatte und wenn man sich jetzt vor augen führt dass ich glaube das waren kleidungs unternehmen das wird halt einfach dadurch gewährleistet dass einfach denn die pokestops oder die pokémons da platziert werden wo das entsprechende unternehmen ist und wenn man sich jetzt vor augen führt dass die allein durch zehn euro so eine 30 prozentige steigung erzielen konnten was zum beispiel fast food läden als beispiel wenn die dort investieren in pokémon go investieren und das werden sie jetzt beispielsweise mcdonald's oder burger king halt viel geld reinsteckt um krasse pokémons vor oder in ihrem laden zu platzieren pokestops das halt auch entsprechende umsatzsteigerungen daraus folgen werden weil die leute dann eher wir dort was essen gehen besonders wenn sie unterwegs sind und dadurch könnten sich natürlich die positiven effekte im allgemeinen dass die leute mehr unterwegs sind dass sie mehr bewegung haben dadurch nivellieren dass sie im durchschnitt deutlich mehr scheiße noch fressen und das sehe ich so ein bisschen als gefahr also klar ist es für die unternehmen eine tolle sache und ich denke mal die pokémon hersteller grafiker wie auch immer werden sich jetzt nicht so blockieren lassen beziehungsweise werden werden sich jetzt das fitness ding vielleicht nicht so auf die fahne schreiben dass sie sagen okay mcdonald's oder burger king oder taco bell oder hast du nicht gesehen welche fastfood läden oder ähnliches auch immer dass sie die komplett blockieren werden was die werbung betrifft weil da steckt nämlich wahrscheinlich ordentlich asche dahinter die sie einnehmen können was dann im endeffekt halt negative effekte haben könnte wiederum mal zum einen haben wir die oder fangen mit dem positiven an zum einen haben wir die möglichkeit oder die chance dass unsere wirtschaft halt entsprechend durch so ein spiel weil es sagen ja echt viele also ellie hat gestern auch gleich wenn ein mädel penny gesehen die auch pokémon auf hatte kurz nachdem es rausgekommen war haben wir natürlich die chance dass die leute sich viel viel mehr bewegen was eine gute geschichte ist für die allgemeine fitness für die allgemeine gesundheit gerade auch bei den kids dass sie wieder mehr rauskommen und nicht nur in der bude kleben gefahren natürlich unfälle unaufmerksamkeit was sich auch in den medien beziehungsweise so schon wieder gespielt hat in den ländern wo pokémon schon länger drauf ist dass die unfälle die durch das spiel passiert sind nachweislich deutlich gestiegen sind natürlich im größeren maße als es jetzt zum beispiel registriert wurde wenn die leute mit dem gameboy oder mit dem handy rumlaufen weil es natürlich jetzt geballt so am start war jetzt haben wir hier nach arena auf jeden fall wo ich gleich mal gucken könnte wie stark das ist das vieh auf jeden fall möchte ich das noch mal zu ende bringen hier meine ausführung und wir haben halt die gefahr das werbung dazu missbraucht wird dass die leute ja mehr scheiße fressen und sich dieser fitness effekt dadurch ein bisschen nivelliert natürlich kann man sagen dann ist es weniger schlimm wenn sie sich bewegen aber wenn sie dann überproportional viel essen kann das natürlich letztlich dafür dazu führen dass sich das ganze eher negativ auswirkt und wir haben hier aber erstmal ein taub sie jetzt hält natürlich wieder die kamera an wenn wenn ich diesen kamera wechsel zu real life cam nach vorne habe ich habe festgestellt ich muss diesen kleineren kreis abwarten also je kleiner der kreis desto schwieriger wird zu treffen aber wenn man dann tatsächlich trifft dann ist es in der regel so dass man das vieh einfängt dann schauen wir uns doch mal die arena an was wir hier für krankes pokémon am start haben und jetzt hat er hier nun 38 wie ich das feststellen darf und dann muss ich da mal einfach mal angreifen mit meinem tauboga wenn das geht muss ich mal schauen ich habe das vorher noch nie ausprobiert und dann machen wir einfach mal so und schauen uns an was die arena so hergibt weil das war natürlich entsprechend schwach jetzt habe ich jetzt habe ich natürlich hier das europe genommen aber ich habe trotzdem schicke gekillt jetzt haben wir hier noch ein radikal kann die obere anzeige nicht sehen das ist mein momentan das problem dass ich halt entsprechend nur geringe einsicht habe in das radikal so hergibt aber man sieht ich habe gewonnen aber es kommt jetzt noch ein nächstes pokémon what the fuck alter das kann ich hier möchtest du aufgeben nein abbrechen ich möchte natürlich weiter kämpfen aber wurde jetzt einfach nur grandios zerstört ich glaube da muss ich noch ein bisschen dran üben dass ich da noch ein bisschen mehr raus hole auf jeden fall müsste ich jetzt so ein bisschen die prestigepunkte gedrückt haben naja wie gesagt ich mache mich noch weiter auf die suche ich hoffe euch hat das video gefallen wenn es euch gefallen hat dann liked es doch gerne kommentiert gerne wenn ihr was zu kommentieren hat und ich mache mich auf den weg zu den nächsten pokestops die alle da hinten angeliefert sind aber vorher versuche ich hier nochmal ein ein habitag zu fangen ich jetzt nicht das kind auf dem fahrrad gleich in dem pokémon werfen hier kaum habitag du bleibst mein aber irgendwie brechen die immer weiter aus jetzt hat man gesehen wie ich nicht richtig geworfen hat man muss auch ein bisschen die stärke abtasten wie weit man jetzt letztlich wirft aber das habitag bleibt auf jeden fall drinnen und ich habe wenigstens in diesem video nein es kann doch nicht sein dass ich hier nicht mal so ein heutiges habitag gefangen bekomme also meine meine skills was das pokéball werfen angeht halten sich scheinbar noch extrem in grenzen aber jetzt bleibt es drin und dann habe ich wenigstens 80 habitag gefangen und kann mich dementsprechend erfolgreich verabschieden nachdem ich so gnadenlos in arena zerstört wurde und freue mich auf das nächste video mit neuen themen die wir dort besprechen werden wie gesagt ich mache mich jetzt auf den weg in den park wo halt massig pokestops zu sein scheinen und dort werde ich dann auf jeden fall versuchen mich selbst noch so ein bisschen zu pushen und mit einer rauchbombe ein paar neue pokémon die wir hier in den park wo halt nicht mehr so ein bisschen 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.